Ich drück jetzt einfach mal auf dieses Checkpoint-Ding und dann nehm ich auf, wenn wir im Bild sind. Ja, oder so. Jo. Na? Jo, so geht's weiter. Warten auf andere Spieler. Also bei mir nimmt er immer noch auf. Ups, sorry. Entschuldigung, Schulz. Du weißt schon, dass er auch fehlt. Ich schneid das raus. Ja, ja, genau. Vergisst du eh. Werde ich bestimmt auch vergessen. Ja, oder du musst da drunter schreiben, schneide Röpser raus. Du bist lustig. Aha. Wenn du es willst. Mal gucken, wie das Ende jetzt wird hier. Es wird gut, wenn kommen beide. Ja. So, was machen wir jetzt? Wo bist du da? Ja, guten Tag. Gut. Und jetzt? Das ist Monster wieder da. Jo. Also wir hatten in der letzten Folge, bin ich ja da reingesprungen. Wo reingesprungen? Im Lava. Da. Ja. So ein Fahrstuhl. Da ist irgendwie. Äh. Ja, einer muss, würde ich sagen, noch kommen erst mal, ne? Weil, ja, wir haben ja gesehen, dass wenn wir beide drauf gehen, dass wir dann runterfallen. Vielleicht brauchen wir irgend so ein, vielleicht müssen wir aus Steinen so ein Baby bauen und das Baby muss dann so an das Steuerrad ran, um das Tor aufzuhalten. Weißt du? Das Tor ist auf. Ja. Meinst du, wenn ich da drunter stehe, dass, ähm, das so aufbleibt? Das wäre cool. Soll ich mal ausprobieren? Ja, versuch mal. Okay, mach runter. Nee. Das hat mich rausgekickt. Wo raus? Aus dem Ausgang? Ja, aber ich bin noch nicht rausgegangen in den Schnee. Äh. Komm mal hoch, dann siehst du, was ich meine. SOS, SOS. SOS. Erde an Gossi, Erde an Gossi. Ich tätige gerade den Aufzug. Okay. Du wirst hier alleine sterben. Wir kommen zusammen. Okay. Im ersten Teil ist auch einer gestorben hier elendig, weil der eine einfach rausgerannt ist, Lisa. Schnauze. Ne? Ja. Hätte man bis jetzt nur noch zusammenkommen können. Ja. Echt? Bestimmt. Guten Tag. Oha. Tschüss. Es war schön mit dir. Es war wirklich schön mit dir. Können wir hier irgendwas machen? Ne. Das sieht aus, als ob du den Moonwalk machst. Warte. Was ein geiler Abschied. Kommen wir jetzt nicht hier raus zusammen? Das ist ja lame. Ja, aber toll. Ist das dann wieder wie das letzte Mal? Einer kommt wieder raus. Das ist ja doch doch dann, wenn das immer so unendet wird. Ich meine, du bist der Bauer, ich bin der Lord, ne? Also, Bauern, äh, haben eh nicht so viel zum Leben. Ja, dann hau ab und ich ernte weiter hier. Ja, ich baue mich nie mal ein. Ja, ich baue mich nie mal ein. Fällt auf, im Schloss. Okay, viel Spaß. Ne? Ja. Ja. Geh du mal durch den Schneesturm. Oh, wenn ich da sterbe? Ja, ich lebe hier und ernte Kartoffeln. Mit den ganzen geschlossenen Türen. Mit den geschlossenen Türen. Wer mich das nicht immer beobachtet von oben. Guck mal hinter dich. Ja, soll ich raus? Tschüss, na? Ist das schön mit dir? Okay. Wundervoll. Tschüss. Bye, bye. Lebe wohl. Ich berichte dir und von unterwegs. Das ist voll traurig. Du lässt mich alleine, das ist mega. Ey, stampfst du da raus, oder wat? Tja. Das war We Were Here Too. Tja. Was wollen wir sagen? Gossi hat mich zurückgelassen. Aber. Ja. Wir wissen auch, dass das Spiel verschiedene Enden haben kann. Zwar hätte man auch zu zweit rauskommen können. Aber. Da wir zu blöd waren bei dem Spiel. hatten wir am Ende keine Möglichkeit zu zweit rauszukommen. Da hätten wir nämlich vorher was machen müssen. Und das wollen wir euch auch zeigen. Das würden wir dann hier hinter schneiden, oder? Genau. Und dann zeigen wir euch nochmal das andere Ende, was wir dafür tun. Ich hoffe, das Spiel hat euch gefallen. Und ich liebe es. Einfach solche Spiele mit Gossi zu spielen. Das ist einfach mega cool und mega witzig. Hat sehr viel Spaß gemacht. Schleimler. Und es war auch echt ziemlich schwierig, muss ich sagen. Boah. Das war voll schwer. Aber es war richtig lustig. Hat Spaß gemacht. Es war wirklich cool. So Rätseln und dann mit so ein bisschen gruselig und so. Ja. Immer cool. Es war ein tolles Spiel. Ich glaube 10 Euro, 9,99 Euro. Wir haben es jetzt in dem Versalbe bekommen. Na, 5 Euro. Deswegen. Man kann echt nicht meckern dafür. Guckt es euch an. Es macht Spaß. Und wir sehen uns dann hoffentlich irgendwann bei WeWearHere2.2. Und ja, macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss.